Ich weiß auch schon, wen ich nehme. Nämlich, ich weiß es doch nicht, merke ich gerade. Pikachu oder Link? Link, bitte. Sehr gern. Also, ich wäre dann so weit. Du ziehst es wirklich durch mit den Bewohnern, ja? Das ist mutig. Wir spielen nach den selben Regeln wie alle anderen, die ich nicht kenne, aber ich habe einfach nichts verändert und darum müssen das noch dieselben Regeln sein. Drei Leben, das weiß ich. Ich glaube mit Items und mit Toni, dem euphorischen Toni. Und los geht's. Alter, was passiert hier? Warum kannst du das auf einmal? Und warum sprichst du nicht? Sag was. Irgendwas, irgendwas, was dich ablenkt. Sprich jetzt, Mann! Nein! Was ist das? Wieso wirft er einfach mal nur eine Bowling-Kugel, Mann! Weißt du nicht, was du da tust? Oh, mir schlecht! Du musst hierbleiben, Mann! Oh, Mann, ey! Hallo! Ich muss dich jetzt fragen, hast du dieses Spiel schon mal gespielt? Äh, das noch nicht. Wie gesagt, äh, super zum Beispiel. Das letzte Mal zu entweder 60 Zeiten. Aua! Und dann auch immer nur mit Kirby. Ja, warum ist es auch nicht den? Schön doof. Was macht er hier? Okay, wie es aussieht, haben wir keine Items. Ansonsten glaube ich, wäre schon längst was gekommen, aber wir brauchen noch keine Items und wir haben Toni. Der hat einfach nur getanzt, Mann! Ja, ähm, und? Sonst? Ich werde wahrscheinlich verlieren, so wie es aussieht. Was tust du da überhaupt an? Du hast gesagt, du kannst dieses Spiel spielen, ein bisschen zumindest, und ich hab dir geglaubt. Das tut mir leid. Ja, wir auch. Es tut uns beiden sehr leid. Ähm, das war eine knappe Kiste, würde ich sagen, ne? Ähm. Ganz toll! Puh! Ähm, knapp. Und so. Tschüss! 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 Schau!